weißt du was geil ist du kannst dein fahrzeug spawnen und in dem moment bevor du reingesetzt wirst musst du unsichtbarkeit der spion aktivieren dann bist du auf den flash unsichtbar halt nur so lange wie es normal hält oder ja ja ganz normal je länger vom spion und sichtbarkeit wie ist es meine unsichtbarkeit war mein flash nicht drin mensch wir laufen heute wieder jetzt werde ich mich anschleichen ist halt dass mein panzer nicht irgendwo nachrüsten kann und noch mal neu ausrüsten ja aber bis jetzt muss man sie immer neu spawnen lassen das finde ich irgendwie blöd ich dann schon wieder hier für eine alter was für eine scheiße ok ich mach gerade wirklich nur scheiße hier was soll jetzt aber wieso kann der denn b nicht einnehmen was ist bei a los er wird aber gerade wieder von uns eingenommen der auch ok sollen wir jetzt schon losgehen oder noch warten ob was passiert ok grimsons clear grimsons clear or nearly clear clear dann go to the palisade oh fuck there is a proler ok the proler is ok okay ich hole mich jetzt erst ein inchi ein ingenieur So hole ich mir meinen primitiven Lightning Ich bin auch mal los Boah wie schön ich die Map hier hinten eigentlich finde Das war das wir da viel zu selten kämpfen können Ne jetzt kann man ja wieder öfters wenn wir jetzt wieder dieses Workplate hier haben Trotzdem sind wir nicht ganz so oft hier Alter NK ist in letzter Zeit so stark geworden weil so viele NK gejoint sind Das wird schon wieder Ja Leute in der Polisade haben wir äh viel Resistanz wie die Atabase Okay das ist nicht so gut Ich bin im Visier Oh mein Nein Mann sind Raketen dämlich Ich bin der Polisade Ich bin der Polisade Ich bin der Polisade Okay wir haben hier gerade ein anschlag überlegt es ist in der Palisade, sehr nahe A point, der 2nd ist, ich weiß nicht, wir haben eine Sonne auf der anderen Seite okay, ich sehe, ich sehe es Infiltrator, clear please, der Palisade von Heavy Assault Leid, der Lightning stand nicht lange rum von denen das ist doch gut wenn die feindlichen Sachen nicht lange stehen bleiben oh, 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 Lightning ist eigentlich aber Lightning und Sundy ist fast dasselbe ja wenn ihr Zeug drauf geht, Hauptsache halt, die haben keine Abwehr mehr bei der Palisade, darauf gehts doch ja ich weiß ich voll und ich bin halt so scheiße wenn ich du irgend so ein Fall und der hier in Wingardt steuern mir an der und beim Reparieren abfaut und haben wir hier in der Nähe in Sandy sieht nicht so aus dann seems like dann solltest du lieber hinterm Felsen fahren alter alter ok guys enemy Sandy try to escape to the west gate of the base Gegnerische Luftanheit Delta 4 is very near ok enemy Sandy is blow up sooo you must find another das ist mal echt ein entspannendes und gutes Teamplay gerade auch wenn irgendwie mehr Leute mitmachen könnten anstatt nur hier und der ähm ähm HIDO LP oder irgendwo so HIDEO PL ähm they're flanking us on the crimson buff tower ok 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 oh lol ich bin direkt wieder am Visier was geh'n hier ab Tigma 2 ups Okay Charlie, please go to the Crimson Bluff tower and death. Delta 2. Was ist mit Delta 2? Delta soll auch dahin. Okay. Delta... Huh? Nach der Palisade gehen wir erst noch mal zum Crimson Bluff tower, oder? Oder ich schick... Bravo! Bravo! Und Alpha! Go to the East Canyon Checkpoint after the Palisade! Ich hasse es! und dann land ich bei meiner spawn leuchte das war leute wird immer steinermäßig ausgewählt wenn du eine stehen ja aber ich habe doch kurz ausgewählt okay das ist blöd reparator läuft ja ich leise befreundet erst vor allem und ok jetzt hat ganz und wir nehmen die palisade wie machen wir das jetzt? palisade? palisade? hey die palisade haben wir F*** NO! ah! enemy sind wir? A by the Palisade is captured by Terran Leute, Leute, ich hab's, oder ich hab's? Go more at the Palisade 2A Da ist so eine dreckige Schwere Ich werde gleich an hier drauf gehen Was ich krieg's wieder verdauen Was ich scheinbar nicht kriege Doch, jetzt Jetzt schnell hier wieder zurück Haben wir denn dann endlich mal A Nein, wir kriegen hier gar nichts Ich meine jetzt bei der Palisade Auch nicht Ja, ich meine, wo er jetzt hat Ich seh's ja selbst, aber doch hat's eben Ist halt auch frisch gerade Ich komm gleich mal zu euch mit nem Leitning A blinkt immerhin Ah, haben wir wieder verloren Fuck, wir sind zwei Libby's Das ist ja abartig Alter, wir haben ganz knapp davor noch Die Palisade wieder verloren Das kann's doch eigentlich nicht sein Guys, diese Leute aus Terran können hier nicht sparen Wir müssen alles, was wir tun müssen, um sie zu töten Und wir helfen unsere Leute in Crimson-Bot No, the Palisade is not so good We go all to the Crimson-Love Tower We need that And after the Crimson-Death We go to the Palisade Okay, dann gehen wir zurück Yes, Crimson Können wir vergessen, alter Ja, jetzt kommt das ganze Platoon zurück Das habe ich das ganze Platoon zurück Okay, we go to the Crimson-Bot for one minute No, okay, fifty seconds Go to the... Full Platoon, back to the Crimson Wie sagt man, extrem schnell Doch, so, Platoon, alles steht da Alle sollen wieder zurück zu Crimson Ich bin hier noch im Visier Ich fahre nur mit 29 kmh rückwärts Ich gehe ja mal gar nicht Das fahre ich ja mal schnell wieder zurück Langsam kriegen wir es lieber Langsam kriegen wir es wieder Okay, das ist, 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 ich muss hier abhauen Ich kriege hier gerade so richtig viel in den Arsch geschoben Okay, jetzt bin ich von Klar, weil jetzt habe ich auch das ganze Platoon wieder zurückgescheucht Das war es ja klar, weil sonst didn't die Das war wirklich ein schlauer Strachzug von Taran Weil sie es wirklich so geplant haben Ey, wie schnell die einfach ähm, die Palissade dann ähm die haben bei null Bei null waren die bei A und und haben es gerade eingenommen. Okay, A ist sicher. Aber wir müssen den Krieg verbreiten. Wir brauchen einen Ingenieur. Neue der A, Leute. Weil wir haben zwei Max's und wir können es nicht reparieren. Da sind gerade irgendwelche aus unserer Lippe gesprungen. Voll hier unten war es von Sicherheit. Wenn es tatsächlich so war. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich so gesehen habe. Ich glaube ich habe einen Smeerphone in meinem Fahrzeug gelaufen. Das war nicht so gut. Und ich sollte dringend damit aufhören. Oof, wir wären hier in der letzten Zeit, Leute. Das war... Wie sagt man knapp? Das habe ich auch schon überlegt. Aber ich weiß es nicht. Das war gut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Von unserem Platon wollte ich sagen. Das war's. Ich weiß nicht wie. Das war's. Das war's. Das war's. lassen geist auch gar nicht mehr viel 29 Punkte nicht mehr die weil der Halt hochkürtten die Hellebarer war ich überlegt ob ich auf die G 30 woche ersparen soll was sie wahrscheinlich in die Schaffung erlaubt glaubt nicht war das ist so abwarten das ist jetzt schlecht wenn wir tun zur Palisade oder zu Suwan Suwan erstmal ok dann zu Suwan next back up ok dann zu Suwan mit dem Suwan ist wichtig wegen Suwan liefert eigentlich ich sehe die Motorized Column von der Palisade gekommen zu uns ich sehe einen Sandeer auf der Branche und 2 oder 3 Harassers von der Palisade Richtung Ja, sie hat die Sunderer und Helzer auf den Weg zu der Crimson Blufftower Wir haben ein paar rivers in der Luft, aber ich weiß nicht, ob diese Sunderer der Sunder Prepare für den nächsten Sunder, neben der Crimson Blufftower Ja, hör doch auf! Meine Fresse, ey! Ihr habt doch alle keine Hobbys mehr, oder? Okay, weil Surwarn ist wirklich knapp. Wenn wir nur ein paar mehr hätten, könnten wir die von A vertreiben Okay, please all go back to the Surwarn M Station We need... Ja, komm! Wir müssen alles reparieren und alle Außenposten wieder einnehmen und so weiter Brauchen wir schon ein paar mehr Ich kann einen Squad zur Palisade schicken, aber Palisade alleine bringt nichts Das kann ich dir sagen Palisade brauchst du eigentlich unsere Platon insgesamt Loll, ja, ist klar Das KL ist schon draufgegangen Das ist noch so gut Das ist noch so gut Das ist noch so gut Du kannst auch ruhig aufhören, solange du das nicht gedrückt hältst Ich weiß Denke ich holen wir mal was zu sagen Allerletzte Wandung von der Wartensperre, wenn wir die... Oh! Ständig alle rein!